digitale technologien verändern die welt mit einer unglaublichen geschwindigkeit die berufliche Aus- und Weiterbildung ist in einer hervorragenden Position um Lernende mit den digitalen Kompetenzen auszustatten, die sie für den Arbeitsmarkt und für gesellschaftliche Teilhabe benötigen. Why did you choose to use Selfie WBL? Ich finde, dass wir viel investieren in digitalisierung, in die Formen der Profesorinnen und Schülerinnen für die Entwicklung der digitalen Kompetenzen. Ich denke, dass die Digitalisierung wichtig sind, weil die meisten von meinen Studenten haben und die Verwaltungen haben, heute Abend. Selfie WBL ist eine große Zusammenarbeit zwischen der Bildung und der Arbeit in Romania. Warum war Selfie WBL so wichtig? Es handelt vier verschiedene Gruppen der Interessen. Natürlich, die Lehrer, die Lehrer und die Managerinnen. aber auch, und es ist neu, es beendet die Unternehmen und in-Company-Trainers beendet. Weil jeder Schule ist ein, SELFIE-Instrument hat uns die Möglichkeit, Fragen und Anunzungen zu geben. Wie hat SELFIE-WBL verbessert die Qualität der Work-Based-Learning? Ich habe eine soziale Beziehung mit den Unternehmen, und es war wichtig für meine Studenten, auch, weil wir die gleichen Feedback haben. Ich habe, am Ende, eine Interaktiv-Learning-Instrument hat, die uns die Überlegte Informationen, die größere Daten, über das was bedeutet, die gute und schlechte Punkte in unserer Schule. Und das ist wirklich unsere. Discover your digital potential. SELFIE for Work-Based-Learning. FMO und die Bedrohins-Instrument böyle hållbar.